Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. So, ich habe das jetzt nochmal gecheckt. Also diesen Hall habe ich irgendwie nur auf den Kopfhörern. Kein Plan warum. Ist mir auch total lax. Auf der Anlage hört sich das vernünftig an. Also kann es weiter gehen. So, wo sind wir jetzt hier? Da wird schon auf mich gewartet. Ja, ich glaube Munition war hier wirklich... Na klar. Moment. Moment. Hä? Hä? Ach da. Also rein physikalisch hätte er sie gerade voll mit da unten ziehen müssen. Als er an ihre Hand gesprungen ist. Aber gut. Gut. Leute, ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber ich mag dieses Setting total. Dieses post-apokalyptische, die Natur holt sich alles wieder. Ich fühle mich wirklich wohl. Bei so fast. Klingt komisch. Ist aber so. So, so ruhig und so friedlich, wisst du? Das ist komisch zu beschreiben. Oh, ich habe zu früh drei gedrückt. Er will nur auf dein Popo gucken. Oh, looten. Looten. Nichts drin. Moment, junge Frau, Moment. Wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte. Sporen. Oh. Wo zur Hölle kommen die her? Der war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Wohlwet. Scheiße. Pass auf, pass auf. Hilf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Wollen wir mal erlösen. Gehen wir. Das war. Das war. Das war. Das war. Ach, die konnte man auch mit Stalkills ausschalten. Komme ich an den vorbei? Scheiße, Himmel. Oh, hab ich mich erschrocken. Bist du doof oder was? Oh, die Tür wieder zu hier. Geht gar nicht. Ja und du? Wer falsch? Müssen wir die ausschalten? Müssen wir die ausschalten? Oh, hier die Tür. Das hört sich aber auch an. Leute, Leute. Nachrichten am Bruder. Okay. Okay. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammert darüber. Und dann sind da die armen Töpel, die unbedingt dort leben wollen. Hm. Schnell raus, ja. Ja. Hm. 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 Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Oh, frische Luft. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum parkst du Bill nicht nach einem, die dieser Raum spät? Guck mal einer an. Das Brett ist weg, okay. Ich hole es. Ich hole es. Ich hole es. Ich hole es. Das war? Das sieht doch aus wie eine Falle, ey. Mal schauen. Hier. Reich ist rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Und wie komme ich jetzt wieder hoch? Geh doch. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Zu Befehl. Schwing deinen Arsch hoch, sagt sie. Sie sind fast da. Ja. Ja. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ah, geht doch. Wieso ist er vorhin nicht herangesprungen? Gut. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Komm… Matsu. Nehmen wir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Was machst du mich da so blöd an? Also auf die kann ich mich nicht verlassen, also ich muss den Weg schon selber finden, irgendwie. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. So, hier durch jetzt, irgendwie. Also du schmeckst mir gar nicht. Wer ist das? Alter Bekannter. Frag mich. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Los geht's. Lasst uns durch. Weht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Geht jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwohin ohne Robert. Mischstück. Ich mache dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Gut. Ja. 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 gibt er noch nie jetzt aber nicht mehr versteht mich die haben gerade geschossen wieso kann ich keine munition moment ich krieg ja noch hier ok gut da jetzt passt auf wenn sie mich jetzt gleich festhält müsste sie eigentlich durch mein gewicht heruntergezogen werden sagt wie geht man in der deckung hier ich komme jetzt platt ich komme ich bin sicher dass sie und johann unterwegs sind jetzt abgelehnt was soll man machen überprüfen wir alles nicht dass hier wer rumschleicht brauchst du mich noch oder gut dann würde ich sagen mache ich hier einen break und wenn ihr bock habt sehen wir uns in der nächsten folge also bis dann macht's gut ciao 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 ciao